Hallo Freunde, unser heutiger Tipp in Liebe deinen Nachbarn von zu Hause ist, tritt einer Gruppe bei. Klar, die Gruppen, die müssen sich gerade online treffen, weil im richtigen Leben wird das ein bisschen schwieriger. Aber deswegen gibt es ja schon so viele Online-Gruppen und jeder kann einer beitreten. Es gibt Online-Gruppen für Gebete, für spezielle Bereiche wie zum Kochen, Basteln oder Nachbarschaftsgruppen oder auch viele andere Sachen. In einer Gruppe dabei zu sein, heißt, dass man entweder E-Mail-Updates oder Facebook-Updates kriegt oder dass man aktiv uns treffen über Video-Chat. Es gibt wirklich super Möglichkeiten, eine Gemeinschaft miteinander zu haben. Selbst wenn es virtuell ist, es bringt Gemeinschaft und man sollte trotzdem an den Dingen dranbleiben, die uns wichtig sind. Es ist so wichtig. Und vergiss auch nicht, uns auf Instagram und Facebook zu folgen für die täglichen Tipps. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.